Wir sollten Partner sein. Wir beide. Schlag nicht. Oh Gott. Ich bin der Motherfucker. Ich werde dafür sorgen, dass Kick-Ass dafür bezahlt, was er uns angetan hat. Hier ist kein Platz für Spinner in Kostümen. Nur für echte Helden, die ordentlich in den Arsch treten. Lasst uns spielen. Kick-Ass 2 im Kino.